Kuh 4305, Hochleistungskuh, Mutter von vier Kälbern, verendet unter Schmerz und Qual, wurde sechs Jahre alt und entsprach damit dem Durchschnittsalter einer Milchkuh. Biologisch können Kühe 15 bis 20 Jahre alt werden. Schon unter guten Haltungsbedingungen ist das eine wenig als strebenswerte Lebensperspektive. Wenn jedoch alle Mechanismen versagen, die in unserem Land impliziert wurden, dann haben wir Vorkommnisse wie im Schlachthof Bad Ibrook. Schönen guten Tag, Frau Guth. Guten Tag. In der Aktuellen Stunde der AfD ging es in dieser Plenarwoche um die Frage des Politikversagens beim Thema Tier- und Verbraucherschutz. Sie nahmen dabei Bezug auf die Vorfälle im Schlachthof Bad Ibrook. Was ist dort passiert? Ja, im Schlachthof Bad Ibrook haben sich Tierschutzaktivisten der sogenannten Soko Tierschutz vier Wochen mehr oder weniger in den Betrieb, ich sage mal vorsichtig, eingeschlichen, haben dort heimlich Filmaufnahmen gemacht und dort ist unvorstellbares Material gesammelt über Tiere, die in fürchterlich schlechtem Zustand angeliefert wurden, nicht mehr transportfähig waren und trotz allem geschlachtet wurden. Und in Zweifällen besteht sogar der Verdacht, dass tote Tiere scheingeschlachtet wurden und tatsächlich in den Handel gelangt sind. Was sagt das über die Tierhaltungsbedingungen? Ist das repräsentativ? Besteht da die Befürchtung, dass sowas in Deutschland an vielen Orten passiert? Oder denken Sie, das ist eine tragische, aber doch nur eine Ausnahmeerscheinung? Nein, also repräsentativ würde viel zu weit gehen, weil das natürlich alle vernünftig arbeitenden Landwirte in Mithaftung nehmen würde. Da sind wir weit von. Aber ich glaube eben auch nicht, dass es die Riesenausnahme ist. Ich glaube schon, dass sowas öfter passiert und auch an mehreren Orten in Deutschland. Und Bad Ibrook ist jetzt halt ein Fall, der aufgefallen ist. Und das mit einer Dramatik, dass es einen Schaudern möge. Wenn man Tiere hat, die von Transporthängern gezogen werden mit Seilwinden, weil sie nicht mehr gehen können und um dort geschlachtet zu werden, das ist unvorstellbar. Und ein Versagen auf allen Ebenen beim Landwirt, der so ein Tier in die Schlachtung schickt, beim Transporteur, der so ein Tier mitnimmt, beim Amtsveterinär, der die Schlachtung überwachen müsste und natürlich auch bei den Schlachthof Mitarbeitern, die sich dort wirklich als derartig kalt abgebrüht und empathielos herausgestellt haben, dass man Gänsehaut bekommt tatsächlich. Die AfD-Landtagsfraktion hat ja bereits mit der METU-Kampagne auf Tierschutz aufmerksam gemacht. Dort ging es um das betäubungslose Schlachten von Tieren, also das Halalschlachten von Tieren, das betäubungslose. Und man bekam den Vorwurf, Sie bekamen auch den Vorwurf, man täte das ja nur aus kulturellen Ressentiments gegen den Islam. Nun zeigt sich aber auch, dass wir Probleme beim Tierschutz in ganz anderen Bereichen haben, wie zum Beispiel der Massentierhaltung. Was sind da die Forderungen Ihrer Fraktion? Ja, es ist erstmal grundsätzlich egal, was die AfD aufbringt. Ein tatsächlich ehrliches Motiv wird grundsätzlich bei uns natürlich in Frage gestellt, so auch gestern im Plenum. Also diesen Tierschutz, diesmal war es nun natürlich nicht islamisch, sondern gestern war es populistisch. Da muss man einfach drüber stehen inzwischen, weil ich weiß genau, warum ich diese Themen bearbeite, weil sie mir am Herzen liegen. Und ja, natürlich haben wir ein Tierhaltungsproblem und selbstverständlich gibt es dort an vielen Ecken und Enden nachzubessern. Es wäre aber viel zu kurz gesprungen, mit den Fingern auf die Landwirte zu zeigen und zu sagen, boah, die Tierhaltung ist nicht so, wie wir uns das wünschen. Wir müssen da tatsächlich auch beim Verbraucher ansetzen, weil solange ein Kilo Schnitzel drei Euro kosten soll, muss man eben sagen, wie soll denn der Landwirt das kostendeckend produzieren? Also ich glaube, da ist ein gesamtgesellschaftliches Umdenken gefordert. Jetzt kann man natürlich ganz einfach sagen, Lebensmittel müssen teurer werden. Ja, müssen sie, wenn sie unter hohen Ansprüchen und Tierwohlbedingungen produziert werden soll, muss das teurer werden. Dann ist natürlich zu Recht die Frage des Verbrauchers, wer soll es noch bezahlen? Dann können wir aber durchaus über Themen sprechen wie Energiewende und Ähnliches, wie Sozialabgaben, wie Steuerlasten. Wenn diese Kosten nicht so enorm hoch wären in Deutschland, dann hätten wir, glaube ich, auch in der breiten Bevölkerung mehr Geld für qualitativ hochwertiges Essen und für tierwohlgerechte Fleischprodukte. Beim betäubungslosen Schlachten haben selbst die Grünen der AfD ihre Zustimmung verweigert. Wie war die Reaktion auf diese aktuelle Stunde? Sahen Sie dort zumindest in Ansätzen richtige Reaktionen, zum Beispiel bei den Grünen? Ja, also selbst die Grünen mussten uns inhaltlich ausnahmsweise Recht geben, natürlich nicht ohne unsere Motive zu hinterfragen. Aber dass wir inhaltlich eben nicht ganz falsch liegen mit der Geschichte der Q4305, das konnten selbst die Grünen nicht bestreiten. Aber natürlich sträubt man sich bis aufs Letzte jetzt irgendwie zu sagen, die AfD und die Grünen hätten zum Beispiel in irgendeinem Punkt eine gemeinsame Position. Das ist nicht zu machen und das ist natürlich eine Einstellung, die ich völlig falsch finde, weil am Ende aller Tage darf es nicht darum gehen, wer bringt ein Thema auf, sondern um welches Thema geht es. Vielen Dank, Frau Gut. Sehr gerne. Vielen Dank, Frau Gut. Vielen Dank. Vielen Dank.